Was ist denn Krotus Brenn-Zuflucht? Hä? Ey, waren wir hier schonmal? Ja, ich hab schon gehört. Und ich bin direkt wieder in diese Dreckskrähen gelaufen, ne? Da könnte ich ausflippen. Dann laufen sie dir direkt hinterher, oder was? Ne, nur wenn sie in der Nähe sind, sehen sie, dass die Krähen ja aufgeschreckt wurden. Achso, aber eben. Haben sich doch Outschilfer gehalten. Ja, ja, das gibt es auch. Dass so eine Krähe dann die ganze Zeit über dir kreist. Oh, der ist hier irgendwo. Boah, das hat mir vorbeigelaufen. Das hätte mich jetzt aber abgefuckt, ne? Wieder eine Runde so schnell vorbei. Ich hab noch keinen Schimmer hier mit der Map, ne? Da, 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 hier, hier. Bist du da auch wieder mal. Bist du da, hey? Schwer mal repariere, der Junge. Tada! Schrank? Ja, ja, Schrank, Mauer, ne? Man muss... In die Köthen. Ich bin im Schrank. Ja, ich bin hier hinter so einem Mauerwinkel. Der guckt in den Schrank. Hat der dich? Ah, Junge, Junge. Ich hab ja gehört, dass der in die Schränke reinguckt, dann muss ich ja gehen. Weil der ist jetzt rechts gerade und der kann also nicht weitergeben. Was ist denn der Haken? Ich seh euch nicht. Ja, komm, so ein bisschen Scheiße, wie geht's von... Ich geh mal weiter, ne? Da hinten ist wieder ein Generator parat. Ah, du bist frei, ne? Ja. Boah, das ist immer anspruchsvoll, wenn man die Karte noch nicht kennt, ne? Oh, oh, oh. So. Weiiiih. Mhm, der McDonalds noch nie wieder dabei ist. Uh. Ach, dich jagt der. Jaja, jetzt hab ich nicht durchgefasst. Jetzt geht er in die andere Richtung. Da sucht es wieder den A. Der ist auch dumm, hier ist voll der Haken in der Nähe, bin ich gerade vorbeigekommen Nein Ah, der ist noch an dir dran, ne? Ups Jetzt hat er mich beim dritten Versuch endlich mal gemacht Hier kommt der andere Typ, der aussieht wie du Oh, jetzt sind wir zu dritt hier auf einem Haufen, ne? Ja, der ist drüber und der läuft, ne? Ja, ich hör den auch Ne, er ist weg Ja, ich hör den, aber ich seh ihn nicht Ah, der hat sich einen der anderen geschnappt, ich komm zu dir Ich bin unterwegs Euch bleiben, euch bleiben Ihhh Ja, ja, komm, wir gehen hier so im Deck oder so Ah, jetzt hat er den anderen Aufgang, es kommt hier her, ne? Oh, muss ich nicht Ah, komm, Feschkeitscheck läuft schon schnell Weil ich gerade Volltreffer gemacht habe So Da ist auch ein Generator, dann in der Ecke ist ein Generator, ne? Links, links, links Da geradeaus hier, guck mal Oh, dann lassen wir es den noch machen Oh, hat er jetzt zwei auf einmal? Ah, ne, der eine hat den vom Haken geholt, ne? Das lenkt ihn vielleicht ab Wir sind ja eh dicht beim Tor, ne? Ja Oh, das ist immer so bei mir, ne? Boah, Mücken treiben mich hier heute in der Wahnsinn, ey Lass mich aufziehen Ist jetzt die Frage Ist der andere vielleicht Ist der andere vielleicht eine Falle Weil nix Ja, der eine kommt Den einen sehe ich hier Der eine kommt links Ja Ah, super, da kommt er Wo ist denn jetzt die Schwarze? Die war doch auch gerade da Ah, der Jetzt kommt er Ne, 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 ne Das gibt's doch nicht Der hat dich erwischt, gell? Ich bin nur noch fragt entkommen Ich bin noch im Ziel gerobbt Geil 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 Der hat mich einen halben Zentimeter davor Hat er mich getroffen, ne? Boah, jetzt hab ich auch nochmal Dick hier plus kassiert jetzt Oh, super geil Direkt mal hier oben Spiel bewerten Das war super Oh, wat bei mir die Blood Points am rasseln sind Und ich bin nämlich 14.000 Gibt positives Feedback Ja, wie Positives Feedback Bei dir steht tot Bei mir Ne, du kannst doch Den Feedback geben Aber bei mir steht, dass du tot bist Nicht, dass du entkommen bist Naja, bei mir Ich hab auch Coins bekommen für den Kommen Pass mal auf Ich mach mal ein Screenshot Das ist total buggy hier Ja, bei mir steht, dass ich tot bin Ja, dann kann ich hier melden Bassin 1990 Gibt positives Feedback Dann kann ich das hier anklicken Und dann mit Dreieck absenden, ne? Genau, genau Wie liest man das denn? Wie kriegt man das denn zu sehen? Das weiß ich nicht Hier Schallvolle Frucht Kriege ich einen Blick in dem öffentlichen Spiel nach draußen? Ja Wie kann ich denn das Feedback sehen, dass mir jemand gibt Oder gilt das Feedback nur für Für die Entwickler Keine Ahnung Komisch Bracht, ne? Ja, unten eben hat nix gebracht Drecksding Hier verlaufe ich mich immer so mega, ne? Und vor allen Dingen sieht man die Generatoren hier super schlecht War da nicht schon? Ja, da ist doch schon einer Ja, da bist du mit einem anderen Ne, ne Ja, das war ich Oh, da seid ihr ja schon Ich hab mal Knalle lost, ne? Wieder vereint, gibt ja für jeden Points Ach, dreimal, ey Krass, Drecks 600, ne? Boah, es gibt einen richtig geilen DLC für den PC, ne? Warte und für einen Und zwar Michael Myers als Killer Boah, das ist echt geil Und immer wenn dir dann kommt Du hörst ja jetzt dann auch die Musik, ne? Die dann immer so So, bis sie dramatisch wird, ne? Ja Und mit dem Michael Myers kommt dann richtig die Musik von den Halloween Filmen, ne? Oh, das ist cool Richtig cool gemacht Ja, ich bin direkt bei dir hier Ah, der Fallensteller, gell? Ja Ja, ich lieg hier um den Boden Gib mir mal kurz Rückmeldung, ob der dich alleine lässt Weil ich kann bis dahin nicht richtig gucken Weil hier schneidet in das Haus rein, ey Ne, der steht immer noch bei mir Ja, ich seh den Ich, ich hock hier im hohen Gras, ne? Jetzt hat er eine Falle aufgehoben Jetzt kommt er wieder zu dir Weil der hat mich nicht, der hat mich nicht gesehen, ne? Ja, ich seh den Ey, der kämpft bei dir, Markus, ne? Können wir mal versuchen zu fliegen Ja, ich kann dich ja da nicht wegholen Ich sitze hier direkt bei dir, ne? Ich muss fliegen Ich verrate mich, wenn ich jetzt auf dich zustürme, um dich abzuhängen, ne? Direkt relativ Äh, der Penner, der hängt Ah, jetzt habe ich die Krähen wieder am Hals, ne? Jetzt hat er dich gerettet, ne? Ja, klar, genau, wirst du das nicht Ich bin in der Bärenfall gelatscht, willst du mich verarschen? Ja, komm, 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 komm! Wollen wir da nicht zufrieden? Der lässt mich hier eh nicht weg, oh ja Oh, ja Na, ich werd gar von nem anderen Spieler verarztet Dank, dank dir Ich suche keine Kiste, wenn ich die Kiste mit holen, statt immer direkt Oh, jetzt sind zwei Generatoren fertiggestellt worden, das war ja assi Eine Generatorin verlegen muss Achso, einer, ja, ja, du hast recht Der andere Spieler hat aufgehört, der ist mir nachgelatscht Eine, meine Kiste kann man auch gleich verlegen Boah, der muss furchtbar nah an mir dran sein Oh, jetzt ist er weg Bin ich voll in eine Bärenfolie Ich voll in eine Bärenfolie gelatscht eben So, jetzt hat er den anderen parat gemacht Oder der andere, der ist wohl der andere Da lauf ich in die Richtung von denen Guck, der macht halt hier auch so Palletten-Spielchen Ich hör den doch Lauf ich in dem seine Richtung Naja, wenn du da hockst, da ist er Ah, da ist er links Ja Ah, Dreckskrähen da, ne? Ich hör doch hier irgendwo was Ja, der ist ja steht am Weg, die können sie auch direkt gleich verschaffen Ah, hier Auch Kollege Da hängt er mit der Hink, die haben die gleiche Harnung wie ich eben Aber das ist ja Ich brauch mal, wenn ich in die Beine rufen Bleibt er da campen? Ja, ja Also wie hat er bei dir gemacht hat, ne? Okay Okay Ja, der könnte auch längst schön parallel zu mir noch einen Generator machen, ne? Damit wir gleich noch eine Chance haben Ich find die Tür hier nachher den Ausgang nie mehr Oh, jetzt ist der noch in der Falle gelatscht, der Dillis Jetzt hat er den Ich find hier gleich den Ausgang nie mehr wieder, ne? Ich glaub, der ist einfach nur irgendwie Richtung rechts rüber Da rüber irgendwo Ich find der weiße, wo wir drinnen Ich find der weiße, wo wir drinnen Ich find der weiße, wo wir drinnen Ah, da ist gerade schon am Ende Ich find der gleich den Generator laufen, ja Ich find der schon am Ende Ne, der Haken an dem du hinkst, hat war hier der, ne? Hier liegt ja dein Werkzeugkist noch Du brauchst einfach zur Rettung wie du meinen weißt Ja, ich such schon einen Generator lieber Ach hier hinten gluggert ja auch schon einer der fertig ist, ne? Ja Hier sind wir Drecksvögel, ey Ist nicht normal Hier gluggert einer, ach ich hab den Ausgang Oh Ist auf jeden Fall der Killer hier Mhm Ich hatte jetzt vor schön hier mit deinem Werkzeugkasten den nächsten Generator richtig zügig zu machen Da geht er doch irgendwo die Treppe hoch Ja ich weiß, ich hab nur Angst von oben, finde ich neben mir runter Ich weiß, das ist auf Anhieb, aber auch nicht wo's hoch geht Sind hier unten echt keine Generatoren mehr Das war auch eben bei dem anderen, wo der andere gehangen hat, da war so ein kleiner Räumchen rein, ne? Ich muss mir merken, nach links ist Ausgang hinten rüber Der andere war irgendwo hier eben War geradeaus Ich hör über den Killer auch Ich hör über den Killer auch Ich hör über den Killer auch Oh 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 Man sucht Ich hab die Kraft Ich hab die Kraft Das ist doch scheiße! Ich hab gerade so einen Mitglied, was ist der Haken am Stück? Ach, hau ab! Warum macht der andere... Oh ne Scheiß! Ist der wie ich so planlos die ganze Zeit einen Generator suchen die Laufen? Wahrscheinlich, ne? Ja, dann haben wir auch immer mehr aus. Das ist so ein Camperkiller, ey. Das ist furchtbar. Ich krieg jetzt in so einer in die Pfanne. Ja, Killertrödel nicht, wenn du jetzt schnell bist, sind doch nur noch zwei. Och, jetzt stellt der Killer sich aber dämlich an, ne? Es sind nur noch zwei Spieler. Es sind nur noch zwei Spieler. Einer hängt sicher. Dann beeile ich mich doch jetzt, dass ich den Gefangenen in der Falle so schnell wie möglich kriege, um zu gewinnen. Oh, das war aber nix. Ah, da hab ich mal so dicht wieder am Sieg geschnuppert hier, ne? Alle sind an einem Generator gehangen. Jetzt verliere ich wieder mal schöne Punkte. Rangrutsch wieder runter. Ist doch Scheiße. Item verloren. Erste Hilfe. Kombi Set. Ja, natürlich. Vor allen Dingen Mia Bella. Keine Perks an und nix. Hätte man nicht schaffen können, ne? Aber ich finde die, ich finde die Anstalt doch so super unübersichtlich. Ich selbst verlaufe mich da drin total, ne? Ja. So, da hol ich mir jetzt Level Up. Level 12, hallo. Kannst du nur eine Einladung schicken? Ich hab mal hier heute mein Level gesteigert. Bleib mal konzentriert. Niemand wird zurückgelassen. Es ist unvorstellbar, jemanden zurückzulassen, solange die Ausgangstore mit Energie versorgt sind. Erhältst du 50% mehr Blutpunkte für Aktionen in der Selbstlosigkeitskategorie und schaffst dies 5% schneller. 1, 3, 8, 16. Brauch ich wieder 16.000, um das Perk zu erreichen, ne? Wie beim letzten Level auch. Dann lad mich noch kurz an, dann kann ich dann gehen. Dann flitze ein bisschen rum. Natürlich mach ich, ja. Ist raus. Ja. 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 früh. Ich bin 快 Hoodoo.